Vom Motorsägen-Geräusch jetzt aber zu was Wohligem heute am Donnerstag, das uns aber trotzdem gut aufwecken wird. Live-Musik nämlich. Ja, Live-Musik ist das Beste am Morgen. Helmut Rode ist heute bei uns zu Gast und hat einen Song über die wirklich schöne, talentierte Emma Watson geschrieben. Da müssen wir gleich drüber reden, aber zuerst hier ist er, Helmut Rode. Untertitelung des ZDF. 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 We're not an option. I love Emma Watson. I love all the songs that I hear when I'm all alone in Boston. I love Emma Watson. I love Emma Watson. I don't care about you, babe. It's not easy. It's not easy. It's not easy anymore. It's not easy. No, it's not easy anymore. Guten Morgen, Helmut. Hat dieses Lied wirklich was mit Emma Watson zu tun? Ja, tatsächlich, tatsächlich. Für alle, die zwischen Kaffee und Zähnepritzen das jetzt nicht so gut gehört haben, worum geht's? Also die Kernaussage von dem Song, es handelt eigentlich von meiner Ex-Freundin und dem Moment, wo man merkt, wenn man wieder von Celebrity-Crushes, so wie Emma Watson fantasiert, dann ist es vielleicht das Zeichen, dass man es beenden sollte. Und bei mir war es eine spezifische Schauspielerin. Nicht Emma Watson. Doch, also diese, also wo ich mir dachte, ah, wenn man wieder an sowas denkt, dann ist es vielleicht der Moment, dass man sich trennen sollte und so war es dann auch. Zwei Jahre lang hast du jetzt Pause gemacht. Ja, voll. Warum das? Ich habe mir eine künstlerische Pause gegönnt und mich ein bisschen vom Rampenlicht zurückgezogen, um nur Songs zu schreiben eigentlich. Und Emma Watson, den Song, den ihr jetzt gehört habt, ist actually einer der Songs, die da entstanden sind. Alles klar. Ist auch so der Start wieder zurück. Im September kommt gleich die nächste Geschichte raus, oder? Voll. Also im September kommt wieder was und das ist jetzt, jetzt darf ich es offiziell sagen, mein Comeback eigentlich. Und ich freue mich irrsinnig wieder da zu sein. Also ich habe es echt vermisst. Und uns freut es voll, dass du dieses Comeback bei uns in Café Puls gefeiert hast. Schön, dass du da bist heute in der Früh. Ja, ich finde es auch sehr schön bei euch. Danke. Und jetzt kriegst du von mir einen Kaffee. Ja, danke dir. Und du lassen wir weiterarbeiten, okay? Perfekt. Und gleich bei uns ebenfalls ein Comeback in Sachen.